Hallo, ich heiße Julia, bin neun Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Ich arbeite bei Hermann-Modding-Schule. Und meine Klasse ist 14 Jahre alt. Ich bin Vanessa, ich bin neun Jahre alt und komme aus Berlin. Ich gehe in der Hermann-Modding-Schule und ich bin in der vierten Klasse. Was ist das? Da lernen wir auch, wie man boxen soll. Damit man nicht immer zwischendurch Zeit hat. Und wenn es mal mehr Zeit ist und eine Autobahn oder eine Hand, sagt man halt, stopp, lass mich hin, geh weg. Man lernt da, sich zu verteidigen. Man spielt auch manchmal. Und man lernt, dass man ein bisschen schreiten muss. Man sollte lieber weggehen, wenn einer anfängt. Bescheid. Nein. Nein. Ich finde es manchmal schon, manchmal nicht. Weil es gibt auch einen Grund. Weil manchmal ärgert mich auch. Und manchmal nicht. Und das nervt auch manchmal. Es gibt viele Schreitereien manchmal hier. Und ein paar ärgert uns auch. Ich fühle mich immer schön. Also für mich ist das ganz toll. Weil man weiß auch, wie man sich verteidigen kann. Ja, man fühlt sich auch stärker ein bisschen. Und ja, man kann sich auch verteidigen. Ja. Also für mich ist das gut. Weil ja keine Jungs sind. Weil die Nerven manchmal. Das ist auch besser, wenn es nur Mädchen lagen. Ja, ich bin auch besser mit Mädchen. Weil die Jungs spucken und andere schlagen. Und andere schlagen sie auch. Und die wollen uns nicht wohl lassen. Meine Mutter mag das, wenn sie spazieren. Sie mag das ganz doll. Sie wünscht sich, dass sie das auch hat. Und sie mit war. Meine Mutter und meine Familie, die finden es gut. Weil dann kann ich mich auch verteidigen.